Ich bin auf seinem Kopf gestopft. Auch das kommt vor. So, Chance. Ich geh diesmal aggro mit der Arbe, weil ich denke ich kann was. Ja, du bist gut gespielt. Die spielen eh nicht mit Arwen in der Mitte. Die haben nicht eine einzige Runde eine Arbe in der Mitte gehabt. Einer lang weg. Die haben nur Pistol. Ah, einer ist auch kurz unterwegs. Ah, shit. Mit der einer unten drinne. Schaden. A kurz. Einer B, äh, DOS. Lange in B dann. Hallo. Hallo. Bisher ist keiner bei A kurz rausgekommen. Cutter ist das was? Oh ja. Geht daneben mir. Okay, natürlich. Noch einer. Ist der letzte. Easy. Jetzt haben wir ja bald alle den Elite-Bild von dem Typen. Also ich hab die schon eine Weile. Ne, ich hab die schon ein paar Mal gehabt, ja. Aber du bist öfter gestorben als Ege. Ja, ich bin ja am Anfang öfter gestorben. Ja, aber du bist vier und ne gestorben. Oh, jetzt haben sie den Tag gegangen. Und ne A haben sie. Auf A lang. Geht pit. Der geht pit. Ich wusste da ist einer. Ach, meine Güte. Ich hasse dieses Spiel so sehr, Alter. Ohne Witz. Wurde hin. Wurde hin. Wurde hin. Wurde hin. Wurde hin. Wurde. Wurde. Kurz, oder? Nein. Wie er geguckt hat, Alter. Wenn es nur ein Auto-Sniper ist, sagt er. Und zog die Pistole. Naja. Noch ran, bevor er um die Ecke pusht. So, jetzt kommt der typische Favorit-Rush A gegen meinen Favorit-Rush B. Ja. Einfach mal so 13.000 weggeschmissen. Geil. Du da, ist ein schönes Gefühl. Ja. Und man konnte ja auch nichts mal kaufen. Ich hätte noch dreimal A belegen können vielleicht. Echt mal hätte er was gesagt. Ich krieg das doch mal nicht mit, wenn es halb Zeit ist. Ich flash raus. Oh. Oh. Einer CT. Oh, ich hab... Das war ja CT, glaub ich. Einer oder zwei? Einer. Zwei von CT. Einer Mitte. Einer Mitte, einer CT, ja. Schlese, tu's nicht. Oh, ne Granate. Bumm. Wirf sie aufs Gelb am besten. Ich glaub die kommen Cutters. Ich bin da drin. Ne, einer noch CT. Nicht das Marius noch 5 HP hat, er schießt auch noch einen um. Alter, aus irgendeinem Grund... Hab ich ihn getötet. Ich bin gerade eherfach auf Q gekommen statt auf A. Und hab mitten beim Schießen plötzlich zum Messer gewechselt. Richtig gut. Richtig gut, ja. Jetzt A lang. Mit vollem Waffenvorteil. Ich hab nen Scout. Ich hab aber keine Flash gekauft. Hat jemand Flash für euch? Ja, ich flash rüber. Okay, ich flash nicht rüber. Der zweite Flash ist eigentlich nicht schlecht immer. Schlimm mit dem Messer rausrennen. Ich bin ein ganz schön Idiot. Nicht stehen bleiben. Einer am Auto rechts. Auto? CT. Kommt von hinten. Alter, was? Was ist denn das für ne... Ich hab ihn nicht mal getroffen, was? Hä? Scout ist übelst geile Waffe übrigens. Trifft auch im Rennen, hm? Hab ich gesehen. Hast du gesehen, oder? Ja, hab ich richtig gesehen. Dreimal auf ihn drauf geschossen und nicht einmal gehittet scheinbar. Wer zu, mein Freund? Noch mal lang, oder? A kurz. Mach A kurz, Freunde. Check mal B, Jan. Ich geh mal lang, weil ich hab die Scout. Einer B. Nur einer B. Zwei B. Zwei B. Zwei. Der X hat mir Headshot generiert in der Mitte noch. Ja, genau! A lang ist einer durch, glaub ich. Sag mir das doch früher. Zwei sind auf B. Zwei. Ähm. Alle. Die umlegen. Ich hab keinen, ich hab keinen gekocht. Bissl was los. Rücken nicht weg. Ich bin scheiße. Rücken, warum legst du nicht? Alter, willst du mich verarschen? Flashback! Endshot schräge ist einer. Hast du Flang auf, Erik? Zwei waren, wie gesagt, vorhin noch auf B bei mir. Hä, der ist ja schon glatt, Alter. Was ich da nicht geschoben hab. Das war sogar ne Headda. Der hat uns lang. Lang. Terrorists win. Ach, Erik, ey. Dankeschön. Ein halb Ere. Die lachen dir aber auch die Zeit, das alles zu legen, ey. Vor allem der Erste, weil es so geschießt. Ich hab so langsam geaimt. Ja. Das war wirklich ein richtig geiles Ding mit der Scout. Er steht genau zwei Meter vor mir. Ich bin mit dem Fahnenkreuz drauf. Schieße. Nichts passiert. Doch, er schießt mich mit der Pistole, aber. Haben sie sich Scout gepatcht? 3 B. Gut, dann gehen wir A. Ich bin mit dem Fahnenkreuz. Ich bin mit dem Fahnenkreuz. Ich bin mit dem Fahnenkreuz. Oh. A. B. 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 Pass auf, da ist einer drin. Nice flash. Ja. Ach was. Hey Seppig. Einer schrampft. Er weg tut hier. Tja, jetzt weiß ich, warum ich mit der Scouten nicht treffe. Weil Seppig alles abgekriegt hat. Unskill. Oh, Mensch, Erik, ne? Ohne Miststorm kick ich nicht so ne Kills. Weil du falsches Movement hast. Mhm, ja. Falsches Movement, glaub ich. Ich hab vorhin stillgestanden, als ich auf den Typen vor mir geschossen hab. Hast du nicht. Du hast bestimmt einen Maus gepriegt. Oder irgendwas in der Regel. Äh, ne. Ah, mit der Scout? Hallo? Ist schon gut, wenn du nichts mehr sagst. Oh, einer B. Dir war gut. Ich glaube nur einer B, oder? Supergeil. Sie rushen Alan. Alan. Zwei. Äh, ich hab... Zwei Mann. Ah, Mann, ey. Au, au. Da kommen wir mal. Wenn sie sich rausfahren. Trauen sie sich nicht. Die sind weg. Du hast jedes Mal den selben Fehler. Schlechtes Movement, Erik. Schlechtes Movement. Kann jemand legen? Zufällig. Ja, dann kann er einen Autosnapper legen. Ja, klingt doch gut. Als ob. Also. Erst sagen und dann nicht machen? Ja, ich leg's in der Bombe. Ja. Ich kann's gar nicht wieder haben. Ja. Wenn man in der Zeit schon das Equipment gekauft hat und dann auf die Waffen wartet, ne? Ja, ja. Ja, ja. Grenade Nicht so low, Jungen der steht in der ecke rechts auf b ich kann sie wieder ausgerastet einer war noch lang zwei auf b oder ich komme einfach nicht ins spiel loskopf da war der druck zu groß ich glaube ich spiele noch mit smg ich treffe mit den anderen knaren was denn er ist eine ecke eine ecke einer pit Was scheppig was? Ich scheppig Alter Leute, was ist heute, Alter? Hahaha Alter So schlecht haben wir aber eine ganze Weile mit, ey Es geht mir gerade tierisch auf den Pisser, Alter Lass du mein Eco-Rash machen? Nächste Runde Scheiße, oder? Ich hab' auch gekauft Lass mal B-Rash B-Rash 15-14, also ich denke mal ein Negativ-Statscreen noch hin Ich laufe auf die Plattform, ich werfe Flash raus Ich sterbe im Tunnel, okay Boah, ja Ja, so geht das Die kommen von hinten schon Grün legen Einer ist Mitte Ah, beide Mitte Mit Aave Mit Aave Oder Scout Ja, ne? Ich hab' auch noch nichts Genau Obra, geh mal B Oh, ich hasse B Das Wichtigste auf B, also Checkers und Vent Das ist eigentlich schon alles Checkers? Toxic Also, dann geh' ich jetzt B, oder was? Ja Ich würd' Mitte gehen Ja, gut Jooh Obra, was machst du da? Throwing Smoke Ich bin auf B Ja, aber Was muss ich denn machen? Wo kommen denn die Gegner? Einer wurde hochgepusht Einer? Er sagt nix, Juni Wo soll ich denn hin? Wo kommen denn die Gegner? Ja, bleib hier Bzw. komm mit, die sind auf A Boah Ich war kurz verwirrt, ich dachte Die sind schon auf A, ja Er sagt, er soll mir B zeigen Zwei gucken Zwei gucken Einer, zwei sind K Kommt noch einer Von einer an Highway Mit'n Messer Nein! Äh, ich hab das total verplant, ich hab nur verstanden Geh mal B Ich so, okay Nee Du sollst mir zeigen, was da Sache ist, Juni Ich so, was mach' ich jetzt hier? Ja, ich geh jetzt A Da, wo du standest, war Rampe Da, wo du standest, war Rampe Ansonsten Checkers ist links Der gefließte Raum Und Spot ist halt Spot Checkers heißt Checkers, weil der Boden halt gefließt ist, wie ein Dame fällt Ja, und ich vergesse es immer wieder, wie es heißt Kannst du auf Wend rum sagen Ja, das ist ja noch geiler Zwei Mitte Einer geht Wend Der andere geht Richtung Highway Deine ist jetzt Wend Ah ja, klar 88 Hat der Durchwärts Und der steht, oh Ah ja, das ist echt untoxic Highway, I did it my way There were a time Ich hab den Der hat eine Ampice im Kopf So F*** dich, Juni, genau auf den Kopf geschossen Uso Ach, hallo Ja, was für ein Licker Ja, der letzte ist Ach, der sind drei, sorry Ach, der ist Plane Arsch, offen Pass auf, Steps will ich Sieht doch noch mit DM-R aus hier F*** Failed Der war mit der Bombe schon im Main drin Da rennt er echt noch zu B rüber Ja, weil B leer war Ich kauf mal. Kauft ihr das? Was war denn das? War doch die zweite Runde? Ne, noch mal. Ich kauf nicht. Ich halte mich sowieso nicht an Standards. Für Noobs. Ich mach's eh was für. Da steht einer vorne dran. Einen Mütter nicht weggeholt. Scout-Header, nice one. Einer Hayway. Flushbank. Ich hätte mich treffen. Er ist in der Mitte zurückgerannt. Pass auf, Schabbing links. Bleib defensiv, Gruber. Geh nicht so offensiv. Was soll schon passieren? Ich krieg's gleich. Einer mit dem. Oh, sehr recht. Komm in der Mitte. Warum sollte er nicht umfallen? Ich hab ihn. Alter, ich dachte du kriegst ihn jetzt nicht. Sah ja auch so aus. Der hätt's aber Schellen gegeben. Also ich glaube, wenn wir hier eine Schellen wollen hier. Verkauf, die würde ich gar nicht haben. Der erste ist schon mal raus. Ich hab noch einen toten Bot im Team. Ha! Um P kannst du nicht, oder? Alles. Grab your gear and let's go. Grab your gear and let's go. Ja, super. Das war alles easy, ich hab schon eine M4. Ja, das war ja auch meine. Ich hab dir eine Waffe gelegt. Einer wurde gepusht. Headert mich direkt mit der Deagle. Ist jetzt links oben auf dem Dach. Grenade out. Jaaaa. Kommt der Mitte durch? Die kommen gleich noch. Throw in Flushbank. Einer ist bei uns verloren. Mitte hab ich. Einer ist rechts in der Ecke bei der Schlüssel dann. Flushbank. Da war noch einer. Ja. Ja. Oh, zwei bei mir noch. Der Slow 50 hat er noch. Da war zwei. Bommel B, Bommel B. Die Straub laufen drüber. War noch einer rechts, glaub ich. Oh, können die kommen? Hier vor mir? Ja. Ja. Oder... Der letzte ist Checkers. Weiß ich jetzt Checkers. Links unten quasi, da ist nochmal eine Tür. Aber er kann auch von rechts durchlaufen, ne? Ja, ja, so. So ist ein Gang quasi. Grenade out. Diese, diese innen ist dort da. Die, diese innen sind bestimmt sind leer. Ja, denn... Counter Terrorist, win! Warte! Baaack. 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 Baaack.